Raskolnikov ging quer über den Platz. Er blieb noch an Weißen stehen, überlegte ein wenig und ging dann auf dem Trottoir nach rechts. Oh Gott, wie abartig, wie widerlich ist das alles. Will ich denn wirklich, bin ich etwa dazu fähig? Ja, ist er dazu fähig? Das und vieles mehr erfahrt ihr, wenn es wieder heißt Weltliteratur von Rang hier bei Radio Kassolnikov. Ihr seid dabei. Goodbye.